Das hat live noch nie geklärt, das muss man vorher sagen. Haben wir live überhaupt noch nie aufgeführt, das Stück ist eine Uraufführung. Das heißt, wie heißt das noch gleich? Carla with a K. Carla with a K. Also Carla mit K beschrieben, nicht mit C. Das haben die dann im Titelkreis dazu gesagt. Und es geht um die Liebe, glaube ich. Genau habe ich das nicht verfolgt, weil ich interessiere mich nicht so sehr für Musik. Macht's ja wegen der Geselligkeit. Musik 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 Musik